Hallo, mein Name ist Jan Odle. Ich bin Synchronsprecher, Autor und Dialogregisseur. Ich bin die Stimme von Will Smith und von Peter Griffin aus Henry Guy. Gewinnen, das ist genauso gefährlich wie verlieren. Das vertragen die wenigsten. Die meisten ruhen nicht eher, bis sie wieder unten sind. Und dann sitzen sie da und haben Mitleid mit sich selbst. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich habe das Glück gehabt, dass ein sehr lieber Bekannter meiner Eltern mit der Branche zu tun hatte. Und der hat sich einfach mal gedacht, so ein kleiner Junge, der hat vielleicht Spaß daran. Und hat mich mitgenommen, da war ich fünf, glaube ich. Und kleine Kinder sind ja von Natur aus Papageien und spielen gerne und finden sowas lustig. Und ich bin da mit und der hat mir irgendeinen Text vorgesprochen, weil lesen konnte ich noch nicht so richtig. Und hat gesagt, wenn der da vorne auf der Leinwand das sagt, dann sagst du das auch. Und ich fand dieses Spiel unheimlich lustig. Ich kannte den natürlich sehr gut. Und das hat geklappt. Bei Kindern weiß man das sehr schnell, weil die haben so ein bisschen Timing-Gefühl, so eine gewisse Musikalität, Rhythmus. Oder sie haben es nicht. Kinder können sowas oder sie können es nicht. Das weißt du innerhalb von drei Minuten. Und bei mir hat das irgendwie geklappt. Und ich habe dann immer wieder nachgefragt, ob das wieder geht und ob ich da nochmal hin kann und so. Und dann ging das weiter. Da kamen dann neue Angebote und etwas größere Rollen. Und irgendwann mit zehn war ich dann Sintbad. Gab es ältere Kollegen, von denen du viel gelernt hast? Ja, ich würde mal sagen, die Ines Günther, das war der Vogel, den hat die gesprochen bei Sintbad. Die saß auf meiner Schulter. Also nicht beim Synchronisieren, sondern auf der Leinwand. Aber das war, die ist nur ein paar Jahre älter als ich, aber sie war so wie eine große Schwester. Und dadurch, dass die Rolle relativ groß war, waren wir sehr oft zusammen am Mikro. Und die Andrea Wagner hat damals Regie geführt. Das war eine bezaubernde Dame vom ZDF, glaube ich. Und die war sehr einfühlsam, was den Umgang mit Kindern anging. Und die Ines war so der Kumpel, große Schwestertyp, die mir weitergeholfen hat. Und wenn es mal ein bisschen langweilig war oder wenn ich lieber draußen gewesen wäre oder sonst etwas, weil du verbringst ja doch ziemlich viel Zeit im dunklen Studio, auch in den Ferien und direkt nach der Schule, wenn die anderen draußen sind und rumtoben, war das schon eine große Hilfe. In den späten 80er, Anfang 90er Jahre, da wurden die schwarzen Kids in TV-Serien und sowas, wurden genauso wie Eddie Murphy damals immer so ein bisschen höher und ein bisschen kratzig und schräg angelegt. Einfach, weil die im Original so eine, naja, die haben Jive gesprochen, so eine eigene, ein bisschen eigene, wenn man so möchte, Ghetto-Sprache oder sonst irgendwas, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und um das im Deutschen rüber zu bringen, was sehr schwer ist, weil man ja keinen Dialekt da drauflegen kann oder sowas, hat irgendjemand irgendwo irgendwann mal beschlossen, mal versucht, die ein bisschen schräger anzulegen und schrill und kratzig und so. Und ja, und da hatte ich irgendwie die passende Stimme dafür. Und dann kam diese Serie daher und Arne Elsholz, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, der hat die Regie bei dieser Serie übernommen und der hat mir die Rolle angeboten. Also der hat mich besetzt auf den, ohne dass irgendjemand wusste, ob diese Serie erfolgreich werden würde oder nicht. Also Will Smith war in der Musikbranche natürlich damals schon ein Name, aber im Film oder Fernsehen noch völlig unbekannt. Und das hob ja dann ziemlich ab. Kannst du dich an die Aufnahmen zu Der Prinz von Bel-Air erinnern? Da kann ich mich sehr gut erinnern, das war alles relativ chaotisch, weil Arne mit sehr vielen anderen Dingen beschäftigt war, nur fast gar nicht mit der Serie. Und die Texte waren alle, denen hat er sich auch nicht besonders viel beschäftigt. Und er war auch nicht allzu oft da. Und mein geschätzter Freund und Kollege Sven Hasper, der in Karten gesprochen hat, und ich haben im Prinzip uns die Texte aus den Ärmeln gezogen und haben sehr viel auf Zuruf gemacht. Und einfach dadurch, dass wir uns gut kannten und gut verstanden haben, haben wir diese Serie einfach gerockt. Also ich würde mal sagen, ein Großteil von Prinz von Bel-Air ist spontan im Studio entstanden. Und ich finde, man hört heute noch, dass uns die Arbeit wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Erinnerst du dich an die Aufnahmen zu Man in Black? Ja sicher, das ging gesittet dazu und seriöser und da gab es fertige Texte und eine, ja, sagen wir mal präsentere Regie. Aber auch das, also das ist abgelaufen wie eine ganz normale Synchronisation. Warst auch du damals von Man in Black begeistert? Ja, es war eine tolle Idee. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen, aber ich finde im Gegensatz zu vielen Filmen heute, gerade den Sachen mit den vielen Special Effects und sowas, bei denen ich oft den Eindruck habe, das war jetzt genau der gleiche Film, nur mit einem anderen Helden, waren damals die, also ich hatte den Eindruck, dass es öfter mal neue Ideen gab, die mir heute ein bisschen abgehen. Also die Leute, die solche Sachen produzieren, die sollten sich mal öfter mal was Neues einfallen lassen. Und Man in Black war einer der vielen guten Ideen zu dieser Zeit. Und ich fand auch die nächsten Teile, die folgenden Teile auch immer noch gut gelungen und nicht so ein langweiliger Abklatsch. In Disney's Allerding hast du ja wieder Will Smith gesprochen, gesungen hat wie Manuel Straube. Wie kam es dazu? Der ein Held ist in meinen Augen und absolut, das absolut brillant gemacht hat. Ich kann ihn gar nicht hoch genug loben. Wie kam das dazu? Ich kann nicht singen, ganz einfach. Ja, also ich, wenn singe, scheiße, es ist grotte, furchtbar. Es gibt ein paar Filme, da hat Will, mir fallen die Titel immer nicht ein, so ein, in einem ist er leicht angetrunken und singt vor sich hin und manchmal sind es so ganz kurze Dittis, wo er so ein bisschen vor sich hin trellert. Sowas erwische ich meistens gut genug, dass es gerade so durchgeht. Aber richtig singen kann ich leider nicht. Ich höre sehr gut. Also wenn jemand anders falsch singt, das merke ich sofort. Auch wenn einer in einer Musikkombo falsch spielt oder falsch singt, merke ich auch. Aber ich höre mich selber nicht und darum klingt es einfach furchtbar. Hast du trotzdem die falschen Lorbeeren geerntet, weil eure Stimmen sind ja super eben. Nein, nein, nein. Erstens sage ich das jedem. Ich habe damit, ich versuche da nichts vorzugaukeln. Und zweitens, also innerhalb der Branche zumindest, weiß es sowieso jeder. Noch dazu, der Manuel kann mich unwahrscheinlich gut nachmachen und macht auch, erzählt auch als ich Witze oder Witze über mich mit meiner Stimme, was wahnsinnig gut funktioniert und unheimlich witzig ist. Und er sollte ja bei dem Casting für diese Rolle meinen Part singen. Und wenn ich das recht verstanden habe, war das beim ersten Mal nicht klar, ob er die Rolle kriegen würde, weil er einfach nur gesungen hat. Und beim nächsten Versuch hat er dann mich imitiert beim Singen. Und da war es dann absolut klar, der kriegt es, weil das kann niemand anders so wie er. Und als ich dann ins Studio gegangen bin, um die Rolle, also den normal gesprochenen Teil aufzunehmen, hatte er den Gesang bereits aufgenommen. Und der Axel Malzacher, der Regie geführt hat, hat mir das eingespielt. Ein Stück, um mir zu zeigen, wie das jetzt klingt von der Sprache in den Gesang, diesen Übergang. Und ehrlich gesagt, ich habe die Aufnahmen unterbrochen, bin rausgegangen und habe den Manuel angerufen, weil ich war sprachlos. Also sowas habe ich noch nie gehört. Das war unglaublich. Wie war es Will Smith in Gemini Man in der Doppelrolle eines Auftragskillers und dessen sehr viel jüngeren Klon zu sprechen? Also, so wie ich jetzt spreche, ist es einfach mit vollem Körper, vollem Volumen oder was auch immer. Aber rein technisch kann man die Stimme natürlich ein bisschen nach oben verlagern und dann nur mit Kopfstimme sprechen. Und das macht das Ganze ein bisschen jünger und heller und dann klingt man vielleicht, oder man kann sich zumindest vorgaukeln, dass man so ein bisschen klingt wie früher. Und wir haben das einfach so angelegt, dass ich erst die eine Rolle gesprochen habe, den Will ist, soviel ich weiß, 51 oder 52. Ich bin 55, schön sauber. Und also wir sind ungefähr im gleichen Alter. Und wir haben also erst den Älteren gesprochen und dann den Jungen und den eben etwas heller, aber nur mit Kopfstimme. Und der Rest ist Technik. Ich vermute mal, dass es da Presets gibt, die von dem Studio mitgeliefert werden für die Mischung, für die ganze Welt, damit es überall mehr oder minder gleich klingt. Aber das geht ganz gut. Also soviel ich weiß, sind beide Wills überall von der Stimme, von der einen Stimme, also von der jeweils einen Stimme gesprochen worden. In Wetten, dass hat Will Smith mal gesagt, er findet seine deutsche Stimme extrem cool. Wie fühlt man sich da? Also er hat zu mir mal gesagt, I don't understand the word, but I like what I hear. Und das fand ich auch, hat mich gerührt. Erzähl mal von deiner persönlichen Begegnung mit Will Smith. Naja, das war im Rahmen einer Premiere hier in Berlin und da, das war glaube ich Hitch der Date-Doktor, wenn ich mich recht entsinne. Und da war er eben anwesend und hat vorher ein bisschen seine Fans begrüßt. Das macht er ja sehr ausführlich, nimmt sich sehr viel Zeit. Er ist ein Star, wie er ein Star sein sollte. Es geht sehr, sehr auf die Leute zu, lässt es zu, dass man Fotos macht und Selfies und spricht mit den Leuten. Und er ist sehr offen und zugänglich und nett, hat sich viel Zeit genommen. Und es dann irgendwann mal im Rahmen dieser Veranstaltung waren ein paar Tische vorbereitet, wo die dann sich hingesetzt haben. Da war das ganze Team da, der Regisseur, mehrere andere Schauspieler, von der Produktion waren Leute da und so weiter und so fort. Vom Verleih natürlich. Und irgendjemand ist dann auf die Idee gekommen, mich da auch hinzubitten und hat mich ihm vorgestellt. Und der ist aufgestanden und hat, naja, hat mich so gedrückt. Und wieso? Und hallo und bla bla und dann eben unter anderem diesen Spruch abgelassen. Ich verstehe kein Wort, aber es gefällt mir, was ich da zu hören bekomme. Und ja, das war es dann auch schon. Also kein langes Gespräch, aber nur kurzes Geplänkel. Und ja, sehr herzlich, sehr nett. Hast du einen Lieblingsfilm mit Will Smith? Ja, ich finde die kleinen Filme, finde ich oft die schönsten, weil sie auch am interessantesten zum Synchronisieren sind. Also die Actionfilme, in denen rumgeschrien wird und viel geatmet und viele Laute und viel komm her und mir nach und so eine Sachen, sind natürlich auch für unseren Beruf nicht so interessant wie die Filme, bei denen es um Emotionen geht. Und ich finde, so Filme wie das Streben nach dem Glück beispielsweise, finde ich am spannendsten zu bearbeiten. Und dann die Filme, bei denen die Handlung ein bisschen komplexer ist, machen mir am meisten Spaß. Nicht nur bei der Synchronisation, sondern auch zum Gucken dann so einen Film wie Staatsfeind Nummer 1. Du bist auch erfolgreicher Synchronregisseur. Welche Projekte waren Herausforderungen? Welche waren Highlights für dich? Man muss sich sehr in das Projekt hineinvertiefen, damit man weiß, worum es geht. Und man guckt sich ja jeden einzelnen Satz x-mal an, um eine deutsche Fassung zu finden, die halbwegs lippensynchron aussieht. Also beschäftigt man sich wahnsinnig detailliert mit jedem Projekt und dadurch verinnerlicht man das Projekt und begibt sich da sehr tief hinein. Das hat eine doppelte Wirkung. Erstens mal ist man wahnsinnig damit beschäftigt und voll drauf konzentriert. Andererseits ist man dann, wenn es vorbei ist, sehr froh, dass es eben vorbei ist und dass man endlich was anderes machen kann. Und verdrängt, schrägstrich vergisst es auch gleich wieder. Die Kombination ist, man ist Feuer und Flamme und total begeistert von irgendetwas. Und zwei Wochen später weiß man gar nicht mehr, wie das hieß. Also es ist ein schwieriges Thema, aber ich würde mal sagen, speziell, also die Sachen, die einen über längere Zeit begleiten und die komplex sind, liegt natürlich nahe Game of Thrones. Das ging über acht Jahre und war so umfangreich und jedes Jahr mehrere Monate. Aber es gab natürlich auch Dinge, sind hängen geblieben. Das erste Projekt, das mir eine Firma gegeben hat, also die FFS, hat mir das Vertrauen entgegengebracht. Die erste Regie war eine Serie, die hieß Chips California Highway Patrol. Die war gruselig und die, es war wirklich nichts Besonderes, aber es war nun mal meine erste Serie. Und die erfüllt mich bis heute mit Stolz und es hat einen Haufen Spaß gemacht und war ein wahnsinniger Lernvorgang. Ich habe die Texte alle selber geschrieben, habe Regie geführt und auch noch den Eric Estrada in der Hauptrolle selber gesprochen. So was bleibt haften. Dann gibt es absolut grottenschlechte Serien, die einfach Spaß gemacht haben, weil man ein gutes Team hatte. Und dann gibt es tolle Filme, die einen absolut fesseln. Ich glaube, eine der ersten Kinofilme, die ich gemacht habe, war Training Day. Habe ich auch nie vergessen. Es war ein faszinierendes Erlebnis. Aber das ist das Schöne an dieser Branche, jedes einzelne Projekt steht für sich und es ist jedes Mal eine andere Erfahrung. Und darum ist es auch sehr schwer zu sagen, das eine hebt sich jetzt besonders oder mehr ab oder anders oder von den anderen Projekten. Ein wirklicher, oder was etwas vielleicht wirklich auszeichnet, ist eben ein Projekt, das sich dann so lange hinzieht. Für Game of Thrones hast du Synchronbuch, Regie und Besetzung gemacht sowie VARIS synchronisiert. Wie lief die Produktion ab? Das war sehr aufwendig, sehr langwierig, hat einen halben Spaß gemacht. Am Anfang wusste keiner so richtig, was passiert und wie wir das genau machen sollen. Weil es gab ja die Hörbücher, die sich an eine Übersetzung gehalten haben. Wir haben uns versucht, an die literarische Übersetzung zu halten, an die Bücher. Dadurch hatten wir die deutschen Namen in der deutschen Synchron mit drin. Da gab es endlose Streitereien im Internet und Debatten, was jetzt das Richtige ist und was nicht und hin und her. Dann, nach einiger Zeit am Anfang, wusste ich wenigstens, was als nächstes passieren würde und in welche Richtung sich die Handlung entwickeln würde. Aber recht schnell hat die sich dann von den Romanen weg entwickelt. Und dann wussten wir von einer Folge zur nächsten schon gar nicht mehr, was passiert, weil uns das Material immer folgenweise angeliefert wurde. Teilweise war das Arbeiten an diesem Projekt wirklich ein bisschen abenteuerlich. Weil wir auch, da sind uns auch Fehler unterlaufen, die wir dann erst in der nächsten Folge, haben wir dann erst festgestellt, ups, das, was da gesagt wurde, stimmt eigentlich so gar nicht, weil die Handlung verläuft doch ein bisschen anders. Und dann mussten wir ganz schnell zurück und ein paar Nachaufnahmen machen, damit das bloß nicht so gesendet wird, wie wir das aufgenommen hatten. Und solche, so Kleinigkeiten spielen sich eben ab. Aber das ist das Spannende am Synchronen und hält einen wach. Hast du geahnt, dass die Serie so extrem erfolgreich wird? Ja, also gleich von Anfang an, das, was wir da zu sehen bekommen haben, natürlich schon eine ganze Weile vor dem ersten Publikum, über das wir keinen Atemzug verlieren durften, war so gut gemacht und so dicht und überzeugend und auch gut gespielt, weil sich viele von den Schauspielern auch merklich entwickelt haben im Lauf der Serie. Aber im Prinzip war alles von Anfang an so gut gemacht, dass ich mir zumindest gedacht habe, das wird auf jeden Fall ein Hit. Dass es ein so großer Hit werden würde, das weiß man ja nie, das wussten die auch nicht, das weiß keiner. Wie habt ihr im Studio die Sprachen Dothraki und Valyrisch entwickelt? Gar nicht, wir haben das übernommen vom Original. Das war für die Sprecher teilweise eine ziemliche Herausforderung, weil ich habe das einfach in Lautschrift in die Dialogbücher reingeschrieben und dann im Prinzip dadurch, dass ich mich am meisten damit auseinandergesetzt habe, um dies in Lautschrift ins Buch zu übertragen, war ich dann auch der Coach und habe die Sprecher versucht zu führen. Manche haben das selbst perfektioniert und wurden dann so gut, dass sie im Prinzip schon bei der ersten Aufnahme hat es schon gestimmt, was sie da gemacht haben. Gab es eine weitere besondere Herausforderung bei Game of Thrones? Nein, würde ich nicht sagen. Nein, es war halbwegs den Überblick zu behalten, wer wer ist und wer wen wie anspricht und wer wen warum kennt, vor allem wenn manche Rollen dann einfach mal eine Staffel lang nicht da waren oder über mehrere Folgen irgendwo hin verschwunden sind und dann auf einmal wieder aufgetaucht sind. Das war manchmal ein bisschen eine Herausforderung, aber zu behaupten, das wäre irgendwie eine besonders große Herausforderung oder so, wäre Unsinn. Also nein. Du führst auch im Auslands-Synchron-Regie. Wie kann man sich das vorstellen? Och, das ist von der Aufgabenstellung her ähnlich wie hier. Es ist nur, dort geht es ins Englische, nicht ins Deutsche wie hier. Und diese Länder, also Skandinavien, die machen sehr viel weniger synchron als wir hier in Deutschland. Bei denen sind es hauptsächlich Zeichentrickserien und Kinderserien, die die synchronisieren. Alles andere wird bei denen untertitelt. Bisher zumindest. Mal gucken, wie weit es geht jetzt mit dem englischen Synchron. Und dadurch sind die nicht so erfahren wie wir hier. Aber sie haben große Lust darauf und Freude dran. Und es ist auf jeden Fall mal was anderes. Und vor allem das, was ich da jetzt im Moment machen darf, ist hauptsächlich synchron mit dem Original-Cast. Also ich mache Filme oder Mini-Series oder fünf, sechs Teile und synchronisiere die aus dem, in dem Fall norwegischen oder aus dem schwedischen, ins Englische mit den Original-Schauspielern. Die sprechen sich alle selbst auf Englisch. Und viele von denen haben überhaupt noch nie synchronisiert. Und für die ist das eine Wahnsinnsherausforderung und ein Spaß. Und die sind motiviert ohne Ende. Und tun sich natürlich genauso schwer wie ein deutscher Schauspieler, der das erste Mal synchronisieren würde. Oder sich selbst synchronisiert. Ich habe es hier auch schon gemacht mit deutschen Schauspielern, die sich dann selber ins Englische synchronisiert haben. Und die hatten teilweise genau die gleichen Anlaufschwierigkeiten, aber auch die gleiche Motivation und die gleiche Freude am Spiel. Ist ja nichts anderes. Man sollte es nur tunlichst leicht nehmen und nicht zu ernst. Weil wenn man bei der ganzen Sache noch ein bisschen lachen kann und Spaß dran hat, dann geht es viel einfacher. Du leist deine Stimme auch Family Guy-Schöpfer Seth MacFarlane als Peter Griffin. Wie kam es dazu? Das ist auch so eine Besetzungssache. Das können wir uns ja nicht aussuchen als Sprecher. Also da kommt entweder ein Verleih oder bei einem Casting oder ein Regisseur kommt daher und sagt, du sprichst den jetzt. Und genau so war das. Wenn jemand Peter Griffin nicht kennen würde, wie würdest du diese Figur beschreiben? Erzähl mal von den Synchronaufnahmen zu Family Guy früher und heute. Das Gute ist, es sind heute, würde ich mal sagen, jüngere Leute mit dem Schreiben und mit der Regie, mit den Texten und mit der Regie betraut. Und Leute, die ein bisschen näher am Thema, kann man nicht sagen, weil kaum einer von uns kommt aus diesen Verhältnissen. Also darum geht es ja nicht. Aber einfach mehr Umgang hat mit dieser Art von Humor und einen direkteren Bezug dazu hat und auch das englische Original besser versteht. Und früher saßen da öfter mal Leute, die, sagen wir mal, hat auch irgendwie der Bezug zu dieser Art von Humor ein bisschen gefehlt. Und ich glaube, das sieht man teilweise oder hört es teilweise auch, dass die Witze so ein bisschen steif rüber und nicht so wirklich entspannt wie Family Guy sein sollte. Auch da würde ich sagen, eine besondere Herausforderung ist es nicht, sich in einen Bären reinzufühlen. Ich glaube, wenn man mich anguckt, kann man sich vorstellen, dass mir das nicht besonders schwer fällt. Ach komm, jetzt hör auf. Ich mag die Rollen total gern. Wie fandest du die TED-Filme? Ich fand sie wahnsinnig lustig. Welchen fandest du besser, eins oder zwei? Ich fand eins besser. Also zwei war dann ein bisschen zu weit getrieben, das Ganze. Und ich fand ihn nicht mehr so witzig. Also eins fand ich wirklich, das war mal eine neue Idee und war toll und ziemlicher Brüller. Der zweite war dann, naja, war schon auch okay, aber... Was ist schwieriger zu synchronisieren? Trickfilmfiguren oder echte Schauspieler? Echte Schauspieler. Warum? Weil man mitspielen muss. Also bei einer Zeichentrickfigur, da... Erstens mal hat man selber mehr Freiheit, da was reinzulegen, weil man sich natürlich ein bisschen von der Stimme her an die Vorgabe versucht zu halten, aber man kann auch da ein bisschen was dran ändern. Und dann hat man mit dem... Textlich hat man mehr Möglichkeiten. Zur Gestaltung. Und... Bei einem echten Schauspieler, da musst du ja alles vom Ausdruck in den Augen, jedes Zucken im Mundwinkel, alles mitspielen. Und das ist eine viel präzisere Arbeit. Und vor allem einer Zeichentrickfigur siehst du nur grob irgendwelche Emotionen an. Das meiste wird mit der Stimme rübergebracht. Bei einem Menschen, den du synchronisieren sollst, da ist das Spiel sehr viel komplexer. Leidest du bei deinen Synchronrollen mit? Natürlich. Das ist Schauspiel. Also ja, bis hin zu Tränen und Lachen und alles, was unsere Aufgabe ja so interessant macht. Gab es eine Synchronrolle, die dich emotional besonders gefordert hat? Ja, besonders gefordert. Solche Rollen gibt es immer mal wieder, wenn ich an sieben Leben denke. Okay, das ist ein sehr emotionaler Film. Und wenn du darüber sprichst, wie du, ja, todkranken Menschen helfen kannst, indem du dich selber opferst, zum Beispiel. Oder wenn du selber am Ende eines Films stirbst, wenn du einen geliebten Menschen verlierst im Laufe eines Films. Also ich meine jetzt jeweils die Rolle, die du synchronisierst, dann sind das sehr emotionale Momente natürlich, die du danach empfinden sollst. Und um die glaubhaft sprechen zu können, musst du versuchen, dich möglichst in diese Rolle reinzuprojizieren, reinzudenken. Und das ist manchmal, stößt du natürlich wieder tief in dir drin auf eigene Erinnerungen und Erlebnisse, die du vielleicht sogar verdrängt hast, die sehr schmerzhaft sind. Und denen begegnest du dann in dem Moment manchmal ganz unerwartet. Und das ist, ja, kann extrem emotional sein. Und was die Sache dann noch ein bisschen schwieriger macht, ist, dass du diesen einen entscheidenden Satz oder die eine entscheidende Szene, natürlich, das ist nicht mit einer einzigen Aufnahme im Kasten und gegessen, sondern teilweise musst du diesen einen entscheidenden Satz fünf oder zehn Mal sagen. Und du willst natürlich jedes Mal überzeugend rüberkommen und musst dann diese Emotionen jedes Mal erneut aufrufen. Und das ist dann manchmal am Ende eines solchen Tages, möchtest du gern allein sein und ein großes Glas Wein haben oder so. Das ist schon manchmal recht schwer. Gibt es weitere Schauspieler, die du ausgesprochen gerne synchronisierst? Ich habe den Lord Vares wahnsinnig gern gesprochen, aber das lag, als Schauspieler kenne ich ihn noch nicht so gut. Das lag jetzt hauptsächlich an der Rolle. Das hat mich fasziniert. Ansonsten spreche ich nicht allzu viel, muss ich sagen. Ich habe früher als Jugendlicher und in jüngeren Jahren sehr viel mehr gesprochen, aber ich konzentriere mich auf meine Arbeit als Autor und Regisseur, also Dialogregisseur. Und das ist mir auch ganz recht so. Ich freue mich auf die Rollen, die ich bekomme. Im Prinzip wieder genau das Gleiche. Die Geschichte wiederholt sich. Es hat jemand gesagt, den solltest du sprechen. Und schwupps. Er ist ein bisschen schräg und ein bisschen überzieht alles, was er macht. Und ich würde mal sagen, er ist für uns hier ein bisschen unzugänglich vielleicht. Das ist nicht etwas, das wir kennen. In Amerika vertritt er die größte Minderheit Amerikas und ist da ein Riesenstar. Und etwas Vergleichbares haben wir hier gar nicht. Und Serien wie Blackish, die sind schon ganz witzig, aber eigentlich sind sie ganz speziell gemünzt auf die schwarze Bevölkerung Amerikas. Und wenn ich das gucke, egal in welcher Sprache, stelle ich oft fest, ich komme gar nicht so richtig mit und ich begreife den Humor nicht. Und die darunterliegende, die nächste Schicht, das ist ja teilweise richtig ernst, was der versucht rüberzubringen. Und vieles davon geht völlig an mir vorüber, weil ich gar nicht weiß, worüber er spricht. Und einen solchen Repräsentanten einer ganzen Volksgemeinschaft in Amerika da zu sprechen, die lustigen Sachen, die ich kapiere, das macht schon sehr viel Spaß. Aber, ja, wie gesagt, viele von den Themen, die die anreißen, die Schwierigkeiten, die Schwarze bis heute natürlich in Amerika haben, was verheerend ist, aber es ist leider so, das sind Dinge, denen wir in unserem Alltag nicht begegnen. Und ich weiß schlichtweg nicht immer, was er meint. Du lebst und arbeitest in München und in Berlin. Wie unterscheiden sich die beiden Städte in Bezug auf Synchron? In Bezug auf Synchron, hier wird sehr viel mehr gemacht, weil es einfach, es ist die größere Stadt, es war immer schon die Synchronmetropole und Schauspielmetropole erst recht natürlich. Und nach dem Fall der Mauer, davor war, was Synchron anbelangte, alles ein bisschen, ich würde fast sagen, gleichmäßig verteilt zwischen München und Berlin und dann gab es noch Hamburg und Köln. Und nach dem Fall der Mauer hat sich ja sehr viel wieder zurückverlagert, nach Berlin und da sind die anderen Synchronstädte ein bisschen geschrumpft, was Synchron anging. In München gibt es immer noch eine blühende, rege Synchron-Landschaft, aber das meiste oder sehr viel wird hier gemacht. Du bist auch Dialogbuchautor. Wie entsteht ein Dialogbuch? Du kannst, je nachdem, was die Originalsprache ist, bekommst du eine Rohübersetzung oder nicht. Wenn du die Originalsprache ziemlich gut sprichst, die solltest du schon sehr gut sprechen, sonst ist eine Rohübersetzung eine sehr gute Idee, weil die Übersetzer können fast immer die Sprache besser als du. Und wenn du dann die Rohübersetzung hast und weißt, was die Leute sagen, dann kannst du dich daran machen, diese Rohübersetzung so hinzudrehen und biegen, dass du daraus Texte machst, die lippensynchron sind. Und das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, der erfordert, dass du dir jeden einzelnen Satz immer wieder und immer wieder anguckst und deiner Fantasie freien Lauf lässt, weil du musst die gleiche Aussage rüberbringen, aber sie muss eben so aussehen, als würde sie der Schauspieler auf Deutsch sagen. Und um die ganzen Labiale M und P und B und sowas an der richtigen Stelle zu haben und auch die Pausen einzuhalten, die der Schauspieler im Original macht oder die Schauspielerin. Das erfordert einfach Durchhaltevermögen, weil manchmal treibt es einen in den absoluten Wahnsinn, weil da hat man dann endlich die perfekte Formulierung und genau das richtige Synonym gefunden und dann stimmt das Ende vom Satz wieder nicht. Oder es fehlen genau zwei Silben. Ein Wort in dem Satz ist er zu kurz oder zu lang oder zu irgendwas. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los, bis man eben den Satz gefunden hat, den dann später ein Schauspieler, ein Synchronsprecher drauf sprechen soll. Und es ist eine zähe, langwierige und oft langweilige Arbeit, die obendrein noch sehr, sehr einsam ist und gerne dazu führt, dass Menschen, die einem nahestehen und Nachbarn, einen für geisteskrank halten, weil man natürlich im Halbdunkel da sitzt und die ganze Zeit Selbstgespräche führt. Weil man muss die ganzen Sätze laut vortragen, weil wenn man sie sich nur denkt, denken kann man sehr viel schneller, als man sprechen kann. Das heißt, sie sind dann meistens, wenn dann jemand anders versucht, sie nachzusprechen im Studio, sind sie nicht synchron. Gab es unter deinen Dialogbüchern eine besonders harte Nuss, die du zu knacken hattest? Auch da gibt es immer wieder. Es muss nur irgendwas sich mal reimen zum Beispiel. Und schon hat man, teilweise sitzt man Wochen an einem einzigen Film, nur weil es sich dummerweise reimt. Oder lass es eine Thematik sein, die besonders komplex ist, wo die Wörter im Deutschen und im Englischen einfach völlig anders aussehen. Und schon hast du wieder ein Riesenproblem. Und dann gibt es einfach Sprachen, die sich nicht so perfekt fügen. Es fängt allein schon damit an, dass im Englischen ein guter Witz endet mit einem Substantiv. Und im Deutschen endet jeder Satz mit einem Verb. Da sieht der Satz schon ganz anders aus, auch vom Spiel her, von der Mimik her. Da muss man sich auch dann wieder überlegen, wie man das jetzt am elegantesten formuliert. Und Englisch ist auch eine knappere Sprache als Deutsch. Fällt schon mal sehr viel weg. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Üben, üben, üben. Alles annehmen, ins Studio gehen, auch gern mal einfach ins Studio gehen und zugucken. Was wünschst du dir für die Zukunft der Synchronbranche? Dass es weitergehen möge, so wie jetzt. Aber dass es so bleibt wie jetzt und nicht die Entwicklung hin zu immer schneller, immer mehr in immer kürzerer Zeit. Wir haben langsam das Problem, dass uns die Sprecher ausgehen. Wir brauchen mehr Nachwuchs, dringend. Und die Anzahl der Takes, der Aufnahmen in einer Stunde, die wir zurzeit machen, ist gerade so noch tragbar. Das können halbwegs erfahrene Leute, können das gerade noch spielen. Aber wenn man versucht, im Zuge der Bewältigung der aktuellen Auftragslage noch mehr Aufnahmen in eine Stunde reinzupacken, dann lässt die Qualität des Spiels nach. Und dann macht die ganze Sache auch keinen Spaß mehr. Und dann wird das Ganze nur noch zu einer Industrie und nicht mehr zu einer Kunst. Eine witzige Anekdote zum Schluss? Ja, also das mit den Anekdoten, das ist immer so ein Problem, weil die gehen ja meistens zu Lasten von irgendjemandem. Und da muss man vorsichtig sein, weil es fanden dann alle wahnsinnig witzig, nur der oder die Betroffene nicht. Also bin ich da vorsichtig. Aber eine Sache gab es, da habe ich mal die Regie bekommen für eine lateinamerikanische Serie. Die war also nicht besonders gut. Da wurde die ganze Zeit nur gequatscht. 500 Folgen, 45 Minuten und nur, nur, nur geredet über irgendwelches emotionale Zeug und Beziehungskisten. Und es ist überhaupt gar nichts passiert. Aber ich musste die Texte machen und die Regie führen. Und es gab vorneweg ein Casting. Und für die weibliche Hauptrolle haben wir eben eine Sprecherin gesucht. Und da waren acht junge Mädchen im Studio. Und eine nach der anderen, also die wurden da bestellt von der Aufnahmeleiterin. und eine nach der anderen hat gesprochen. Und, naja, die waren mehr oder weniger bedarft. Haben sich ganz gut geschlagen, aber so richtig überzeugt war ich von keiner. Und als die letzte dann gesprochen hatte und gegangen ist, habe ich gesehen, dass die letzte eigentlich zwei waren. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wer ist denn? Da ist doch noch jemand jetzt im Studio. Und die drehte sich dann nur kurz um und meinte, nein, nein, ich habe hier nur meine Freundin begleitet. Und ich habe gesagt, nee, nee, das gibt es nicht. Das ist hier mein Studio. Wenn Sie hier drin sind, dann müssen Sie auch sprechen. Nein, nein, ich bin doch nur, nein, nein, jetzt stellen Sie sich vorne hin und sprechen. Und dann ist die hingegangen und hat, wollte eigentlich gar nicht, aber na gut, zwangsweise sozusagen, hat Probe gesprochen auf diese Rolle. Und die war einfach total gut. Hat perfekt gepasst und hat dann die Rolle gekriegt. Ich weiß nicht, was aus der Freundschaft wurde, aber sie hat auf jeden Fall die Hauptrolle in dieser Serie bekommen und ist bis heute eine sehr gefragte Synchronsprecherin. Darfst du es verraten, der ist? Anna Karlsson. .